müsste ich mir in zukunft wieder ganz flaches land suchen oder was wenn ich solche konstruktionen bauen will das ist doch irgendwie trof aber ja wir machen jetzt einfach so weiter hoffen das beste hoffen dass bald elfen kommen missing others wir haben wieder cobras wir haben sehr viele bächer doch paps sehr schön die beiden sind gerade mit trinken und anderen sachen beschäftigt ja wir haben kavernen entdeckt sehr toll ihr macht gerade mittagspause ja warum nicht wie viel fisch haben werde ich schon nur 6 weil sie den fisch da und weg futtern was sagen wir unsere stocks so an rohrfisch ein bisschen hier liegt eine waffe rum hier liegen bross und javelin und bross und eivon javelin rum da liegt ein schild rum betten die haben wir aufgestellt genauso wie die drohne wo liegen die denn bitte rum können wir zu denen suchen also silk webs stock die müssten wir theoretisch erst einsammeln stone das liegt alles irgendwo rum wenn wir es nicht gerade irgendwo verbaut haben blocks blocks chains naja das sind die cotton fiber woops können wir die jetzt eigentlich endlich platzieren oder machen die immer noch probleme bilding restrain war doch wir könnten sie jetzt platzieren building restrain ne restrain war jetzt habe ich schon wieder vergessen v so ach ja und ich wollte hier die produktion wieder anwerfen genau danach wollte ich eigentlich in unseren stocks gucken doch wir kriegen langsam was zusammen würfel hourglasses und so weiter ok bis jetzt keine weitere cave worüber ich ganz froh bin ach nee ach nee echt jetzt was zur helle warum ist denn das da unten so groß oh man ich hätte mir echt flaches land aussuchen müssen glaube ich oder würde mich hier der absolute null punkt ist oder hier sogar der absolute null punkt ist dann bin ich wirable die DENNIS da 16 felder drunter kein wunder dass jetzt die cave ist das hier ist aber keine fungus cave oder das hier sind alles matt käls ja und ich habe Wolframid wieder mal gefunden sehr toll, bringt mir so auch nicht viel da vergeht einem doch echt schon wieder die Lust, oder? aber gut, wir machen einfach weiter und gucken wie weit wir kommen wir ignorieren einfach die Caves und heulen diese Caves, die sind wieder mal riesig diese Caverns und wir haben wahrscheinlich kein Trinken mehr das heißt, die Leute gehen am Fluss trinken weil einfach keine Karawane mehr kommen will ja, die Leute füllen Fässer und Zeug am Fluss mit Wasser und werden wahrscheinlich auch hier trinken, irgendwo am Fluss ja also der eine war beim Angeln okay wir kriegen Kinder? ich habe das doch ausgestellt warum kriegen wir jetzt Kinder? ja wir haben ein Zwergenbaby ich müsste das doch eigentlich ausgestellt haben macht nix einfach weitermachen entweder geht bald oh, sie haben die Treppen erreicht sehr schön das heißt, wir machen doch hier unseren Wohnbereich hier unsere Kasernen ne, hier wahrscheinlich unseren Verwaltungsbereich ich würde ja sagen, wir machen hier unsere Kasernen hin aber hier ist nicht gerade viel Platz dafür wir müssen unsere Kasernen halt hier hin hier oben hier kommt unsere Küche hin und hier wie gesagt unsere Farben okay das heißt das nehmen wir weg ich hoffe wir treffen hier bald wieder auf Lehm und so Zeug sonst kriege ich nämlich noch einen doppelten und dreifachen Anfall denn jetzt im Augenblick geht gerade wieder mal alles schief, was schief gehen kann wir haben kein Alkohol wir haben keine wir haben eine Kaverne wir haben kein Alkohol wir haben eine Kaverne wir haben keine Karawane vor den Elfen so viel dazu dass hier dicke Vegetation dicke Vegetation ist na auf Bäume aber sonst nichts und Mensch 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 keine plans kein ja dafür mehr zwerge klar warum nicht 123 drei stück nur 19 ein lumberjack ein ranger enemy trainer toolmaker stonecrafter ziemlich viele half keep von alchemist neun stück ok und wir haben schwarze kaimane mal wieder small ice blob ach so der ist da unten in der kaverne gefangen status a strange shapeless life form with a transplant skin containing a water interior not to be useful in dry places his skin is aqua his fluids are clear ok bis jetzt noch kein wo meinen die jetzt sagt was die meinen hier weiter ja tatsächlich und das darf doch echt nicht wahr sein hier sind wir auch schon wieder die kavernen gestoßen fast ganz knapp nur nicht in die kavern diese masterwork mod die schafft mich jährlich noch die hat übrigens drei verschiedene formen von kavernen hinzugefügt also einmal haben wir hier die muddy caverns ich hoffe ja mal nicht dass jetzt hier alles mit sporen voll ist nein ist es auch nicht das ist normaler ganz normaler clay cavern flow die sporen sind nämlich erst in der zweiten kaverne die irgendwo ganz weit unten auf uns wartet über übrigens sehen kann bis zu welchem level guckt euch das waren wir sind wir sind bei 171 angekommen das heißt wir gehen jetzt wieder hoch ja da gibt es genug gebiete wo wir mit spaß haben können könnten ja da gibt es genug gebiete wo wir mit spaß haben wir es besessen ok wir haben immer schon späten frühling und immer noch keine helfen karawane ok also ein besessener zwerg hat sich den kwarfsworkshop geschnappt was ja klar ist so ein creature verlaufen wir ihr mal und er schnippt einen schweren stein lassen wir mal schleppen und hoffen wir mal dass er alles hat was er braucht und hier ist kein bisschen boden ich hätte wirklich nach deep soil very deep soil nehmen sollen und nicht nur deep soil ich hätte hier oben meine farm dann anlegen müssen und nicht mal da hätte es wahrscheinlich gereicht die jetzt sie hier anlegen müssen snatcher goblin tief und da unten werden es immer mehr blobs ja da laufen blobs rum was wir blobs sind das toxic blobs feier und eis blobs ok der toxic blobs ist verschwunden du bist wahrscheinlich ein feier blobs ne du bist open space du bist ein feier blobs ja blobs ich glaube es nicht gott sei dank leben boden aber da wird nicht reichen wir haben uns definitiv zu weit runter gegraben ich hätte ich hätte hier mit vor anfangen müssen genau hier an dieser stelle da wäre ich genau 1 1 2 höher als jetzt hätte wahrscheinlich auch nicht viel gebracht ne ich hätte nach flachem land flaches land nehmen müssen nicht so hügelig und very deep soil oder very deep soil hätte ich nehmen müssen jetzt haben wir sommer und wir haben ja noch keine elfen karawane gehabt habe ich nicht darauf geachtet ob elfen überhaupt in der nähe sind aber elfen hätten da sein müssen oder ich habe was vergessen und es kommen in der masterwork mod gar keine elfen zum handeln wenigstens haben wir die geile mucke aber der zwerg aber der zwerg ist die späne ist die späne ist die späne ist die späne ist die stelle live Aber die zählen nicht als Bones. Ah, ja. Ich hoffe, er wird nur von Melancholie gepackt und dreht nicht völlig durch. So wie ich gerade. So wie ich gerade.